hallo und herzlich willkommen zurück auf dem kanal zu einer neuen spielvorstellung heute farmers live habe ich euch mitgebracht ja erst mal vorab vielen vielen dank dafür für die bereitstellung dieses skis damit ich euch das spiel hiermit vorstellen kann ja es ist ein simulations spiel im journal um ls kann man sagen also landwirtschafts simulator nur dass wir halt noch so kleine stellschrauben haben die zum beispiel zur weise elemente würde ich sagen weil wir uns klar komplett selber versorgen können auch nicht nur die felder bestellen und die tiere versorgen sondern wir müssen uns am ende mit trinken essen also nahrung komplett versorgen schlafen das ganze prozedere ja das wird ja auch mit simuliert und ich würde mit euch ganz gerne einfach jetzt mal das tutorial hier anspielen und ja da gehen wir gleich rein und nach dem kurzen intro video bin ich dann auch gleich wieder zurück bei euch das gleiche und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 des ZDF, 2020 Wir spielen hier mit 19, also spielen das Jahr 1955 und ja, unser Programmist heißt Casimir. So, und der hat ein kleines, ein glitzekleines Alkoholproblem, hat einen herunterkommenden Hof, ja, und den er sich jetzt kümmern muss und, ähm, beziehungsweise auch im gleichen Anzug möchte er natürlich, ähm, auch vom Alkohol wegkommen. So, wir beginnen einfach hier mal, uns den ganzen Ruf anzusorgen, so, Shift, kann auch schneller laufen. So, okay, Control, Scree, Stucken, okay. So, und rechte Maustaste, kann man zoomen. So, Flauschi ist unser Hausschwein, ja. Grundhalten kann ja sich jeder, wir halten uns ein Hausschwein, was uns gut und gerne immer zeigt, was zu tun ist. So, jetzt zieht sich auf Flauschi an. So, noch nicht hungrig, okay. Jetzt können wir uns erstmal hier stärken. Okay, jetzt war ich am Y auf unserer Tastatur. So, können wir uns das Schwein sich markieren. Links gibt es neun Stöcke hier auf dem Feld, wo wir ihn sammeln sollen. So, machen wir doch glatt. So. Ja. Mit Tappolator können wir uns den, ähm, das Inventar anschauen. Machen wir gleich. Ich sammle trotzdem erstmal hier alles ein. Was mich halt ein bisschen stört, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt in dem Video mitkriegt, ne. Das flackert ganz komisch, der Boden. Also, es ist schwierig manchmal darauf zu gucken, ohne dass es eigentlich schlecht wird. Ich habe das jetzt auch grafisch noch nicht irgendwie hinkriegen können, dass das nicht so ist. Also, wenn ich ja schnell Bewege mache, so, weil ich bin, bekommt es mir nicht unbedingt, sage ich jetzt mal so. So, das ist unser Moment. So. Dann sollen wir uns den Hunger stillen. Dann machen wir das mal gleich. Also, wir sollten vielleicht erst mal mit F konsumieren, nicht nur einstecken. So. Stell deinen Hunger. Gucken. Zack. Zack. So, führe das Pferd zum Flug. So, der Flug war hier drin, ne. Ja, wir holen erstmal den Gaul raus. Guck mal her, mein Kleiner, guck mal her. Äh, ja, wir holen uns hier. Gumpst du raus, dann muss ich dir noch's. Das ist noch nicht ganz offen. So, genau. Schiebt das Pferd zur Seite. So. So, und hier muss man. So, da. Na. Geh mal auf. So. Ja, ich würde ja gar nicht mal richtig aufmachen. So. So. Komm mal her, komm mal auf den Meter ran. Da muss ich wieder führen. Ja. Ja. Spannendes Pferd. Na ja, man. Hatsch vor. So. Ist zu eng. Kann ich das noch hier irgendwie... Guck mal her. Guck mal her. Komm mal ran auf den Meter. Ich würde ja, aber das lässt sich ja nicht. Er ist bockig, der Gaul. Komm mal her. Schnucki. Wir schieben und sich halt hin. Ja, ja, ohne Pferd. Das ist mir klar. So. Mein Lieber. Guck mal her. Ja. Jetzt haben wir es. Ja, es ist nicht so einfach, den Gaul davor zu spannen. So. Dann werden wir mal das Feld bestellen. So. Beginne das Pflügen mit E. Okay. So. So. Dann pflügen wir mal eine Runde. Ja. Dann pflügen wir mal eine Runde. So. So. Es ist mir da mal einfach, den Gaul die Richtung zu zeigen. Ja. So. Ja. eine rundherum wenn den kreis wie ein panzer so beende das flügen eben hier lügen beginnen so und bringen wir unser gutes pferd wieder zurückkehren mit stahl mal rein hier mit dir einfach wieder schließen da kriegst du zu schließen schließen okay hammer jawohl wenn man mal uns das bett aufsuchen gehen das haus und finde das lasst uns ein paar stunden schlafen so eine stunde klein mittagsschlaf so nächste aufgabe sammeln haben wir mit ihm auch mal wie das springen kann das schwein jawohl hau ich mich hier hin ich muss aus dem inventar komplette rausnehmen die missgabe warum muss er denn naja und dann können wir jetzt ja machen wir immer hier komplett mal immer ja also was mich achte das wird eingesammelt so kommt noch rein komplett die mist einsammeln erfolge flausche und nimmt das gewerb vom tisch erfolgen flausche ganz unauffällig ganz schön vermüllt ja unser bauernhof jagd mit dem gewehr okay hier bitte drum ich was ich schieße alle vögel von dem vogelscheunen ok was haben wir jetzt schon wieder morgen und genug getrunken ach der orme schon wieder im suff aufgewacht wir schnappen uns mal das fahrrad jetzt muss man nach hause radeln vorher muss man noch ein altes werkzeug verkaufen hier handeln ich muss jetzt auch noch ich will doch kein alkohol kaufen mensch da so noch trocken werden muss ich ja noch was mir noch eine flasche eine flasche bier und ein roboter haben wir schon mit dem podcast teuer so lasst uns nach hause gehen und unser bike so bei uns verfahren kann sein ich musste mich hier lang guck mal So, hau, hau. Wir haben schon einen richtigen Dämpfer, ne, sind schon wieder, wir kommen vom Weg ab. So, jetzt aber, oh ja, Arsch auf, abgebogen, Luther. So, okay, dann haben wir erstmal Trinkwasser aus dem Brunnen. So, jetzt machen wir noch, X. So. Noch einen Schluck, dann erstmal noch ein Brot aus unserer Vorratskammer. So. So, konsumieren, zack, leg dich hin. So, okay, dann endet erstmal die erste Folge hier. Wir legen uns schlafen und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Videos, wie es hier weitergeht mit unserem Tutorial. Äh, ich danke erstmal fürs Dabeisein. Dabei, euer Flukasi.